So, ich war gerade duschen, hab noch ein bisschen gedartet, ja lief auch gut. Jetzt geht's zum Prozess vor, oh, Fußballplatz, da ist Saisonabschluss. Und dann wird dann ordentlich mal ein bisschen gesoffen, wa? Und ihr seid natürlich mit dabei. Rechner ist auch noch an, das gibt's ja nicht. Fahren wir erst mal runter. Wird heruntergefahren, trotzdem, weg damit. Tschö. Hatte ja nur 34 Grad, und lief die ganze Nacht, ja moin. Tschö. Noch ein Wegbier, also ich bin jetzt losgegangen, weil man will ja bei dem schönen Wetter nicht verdursten, ne? Oh, da schäumt er. Er hätte vorher nicht schütteln sollen. Prost, Leute. So, Leute. Ich bin fast da. Und, ich weiß nicht, ob das frühe Trinken so eine gute Idee ist, bei der Sonne, die ist schon hardcore, ja. Mach mal scharf, Alter. Kann sein, Kai. Du hast ja das 1-Bier, 2-Bier geht auch noch auf. Da hätte vielleicht gleich nochmal fahren müssen, der Kolo, wenn ihr das dankt. Der zweite Vorsitzende, der wollte auch kommen. Ja, jetzt sind wir schön am grün hier, ja. Wie er schön schmeckt. Lecker schmeckt. Sieht doch gut aus, ja. Sieht doch gut aus, ja.